Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video des Lernzyklus Lagebeziehungen zwischen einem Kreis und einer Geraden. Mein Name ist Michi und in diesem Video werden wir mehr über die Lagebeziehungen zwischen einem Kreis und einer Geraden erfahren. Weißt du noch, wie man einen Kreis definiert? Zur Wiederholung. Ein Kreis ist eine geschlossene Kurve, von der jeder Punkt der Kreislinie denselben Abstand zum Mittelpunkt hat. Nun zum neuen Thema, mit dem wir uns in diesem Video beschäftigen. Wir benötigen zunächst eine Gerade. Das ist eine Linie, die in beide Richtungen unbegrenzt lang ist. Sie hat keinen Start und auch keinen Endpunkt. Ebenso ist die Gerade überall gerade. Das bedeutet, sie ist an keiner Stelle krumm, bogenförmig, zackig oder sonstige Möglichkeiten. Sie bleibt stets gerade. Wir legen uns nun einen Kreis auf eine Ebene. Wir holen uns eine Gerade dazu und spätestens jetzt merken wir, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie die Lage zwischen dem Kreis zu der Geraden sein kann. Starten wir also langsam und ganz von Beginn. Erste Möglichkeit. Die Gerade geht nicht durch den Kreis durch und berührt ihn auch nicht. Sie verläuft einfach an ihm vorbei. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie die Gerade nun liegen kann. Aber das ist hier nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir so eine Gerade eine Passante nennen. Eine Passante ist eine Gerade, die nicht durch den Kreis geht und ihn auch nicht berührt. Das ist immer dann der Fall, wenn der näherste Abstand der Gerade zum Mittelpunkt größer ist als der Radius des Kreises. Zweite Möglichkeit. Ist nun die Gerade so nah an dem Kreis, dass sie die Kreislieder nur in einem Punkt berührt, dann nennen wir sie Tangente. Die Tangente berührt den Kreis nur in einem Punkt, den Berührpunkt b. Da diese Tangente nun genau auf der Kreislinie liegt, bedeutet das, dass der näherste Abstand zwischen der Tangente und dem Mittelpunkt des Kreises genau dem Radius entspricht. Des Weiteren ist der Winkel zwischen dem Radius und der Tangente immer 90 Grad. Nun gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Nehmen wir an, dass die Gerade durch den Kreis hindurch geht. Sie hat also zwei Schnittpunkte mit der Kreislinie, die wir mit S1 und S2 beschriften. Eine solche Gerade, die den Kreis in zwei Teile teilt, nennt man sie Kante. Hier ist der näherste Abstand der Gerade mit dem Mittelpunkt kleiner als der Radius des Kreises. Wir sehen also, dass es unterschiedliche Lagen zwischen einem Kreis und einer Geraden gibt. Geht sie am Kreis vorbei, dann nennt man sie Passante. Berührt sie die Kreislinie nur in einem Punkt, so ist sie eine Tangente und geht sie durch den Kreis durch und hat somit zwei Schnittpunkte, so nennt man sie eine Sekante. Nun wollen wir das Ganze üben. Wir benötigen hierfür ein Blatt Papier, einen Zirkel mit gespitzter Mine, ein Geodreieck und ein gespitzter Bleistift. Gegeben ist ein Kreis mit dem Radius R ist gleich 4 cm. Beginne mit dem Mittelpunkt. Du kannst anschließend den Abstand zu Geraden besser messen. Pausiere hierzu das Video und fahre fort, wenn du den Mittelpunkt und die Kreislinie K konstruiert hast. Sehr gut. Nun versuche eine Gerade zu zeichnen, die durch den Kreis durchgeht. Ich empfehle dir, bei den ersten Versuchen eine Gerade zu wählen, die nicht zu knapp an der Kreislinie liegt. Da wir die Gerade nicht unendlich lange zeichnen können, achte darauf, dass sie auf jeden Fall länger ist als der Durchmesser des Kreises. Pausiere hier das Video und fahre fort, wenn du eine Gerade gewählt und gezeichnet hast. Beachte, dass sich deine Geraden von denen im Video gezeigten unterscheiden können. Super. Es entstehen jetzt zwei Schnittpunkte zwischen dem Kreis und der Sekanten. Also beschriften wir diese beiden Punkte mit S1 und S2. Da es sich hier um eine Sekante handelt, beschriften wir die Gerade mit einem kleinen S für Sekante. Wir wollen nun eine Tangente zeichnen. Zur Erinnerung, eine Tangente steht normal, also mit 90 Grad, zum Radius des Kreises. Du kannst dir zur Hilfe einen Radius wählen und den einzeichnen. Wo du den Radius einzeichnest, ist für diese Übung nicht wichtig. Ich werde den Schräg rechts nach oben einzeichnen und das Ende des Radius mit einem B für Berührpunkt beschriften. Pausiere hierzu wieder das Video und fahre fort, wenn du den Radius und den Berührpunkt eingezeichnet hast. Prima. Nun achten wir gut darauf, dass das Geodreieck genau mit der Nullmarke auf deinem Berührpunkt steht und mit der Mittellinie genau auf deinem gezeichneten Radius liegt. So stellen wir sicher, dass wir auf genau 90 Grad liegen. Nun können wir wieder eine Gerade zeichnen. Pausiere hier das Video und spiele es weiter ab, wenn du es geschafft hast. Perfekt. Nun beschriften wir diese Gerade mit einem kleinen T, da es sich um eine Tangente handelt. Nun wollen wir weiter so eine Passante zeichnen. Hier müssen wir darauf achten, dass wir den Kreis nicht schneiden, wenn wir die Gerade erweitern. Hier ein Beispiel, was keine Passanten sind. Sie sehen aus wie welche, aber wenn ich sie verlängere, sehe ich, dass ich den Kreis schneide und somit Tangenten oder Sekanten erhalte. Du bist auf der sicheren Seite, wenn du dein Geodreieck so verschiebst, dass die gesamte Linealkante den Kreis nicht schneidet oder berührt. Pausiere hier das Video, bis du eine Passante gefunden hast. Großartig. Nun beschriften wir diese Gerade mit einem P, da es sich um eine Passante handelt. Zur nächsten Übung wollen wir nun versuchen, eine Sekante, eine Tangente und eine Passante zu zeichnen, die parallel zueinander in einem Abstand von einem Zentimeter stehen. Zur Erinnerung, parallel bedeutet, dass die Geraden auf ihrer gesamten Länge überall den gleichen Abstand haben und sich demnach niemals schneiden. Der Kreis hat in dieser Übung einen Radius von drei Zentimeter. Versuche dich nun an dieser Aufgabe und fahre fort, wenn du bereit für die Lösung bist. Wenn du es geschafft hast, sollte es in etwa so aussehen, wobei es nicht wichtig ist, in welche Richtung du die Geraden gezeichnet hast. Wichtig ist nur, dass eine seine Sekante, eine seine Tangente und eine seine Passante ist und sie parallel sind. Am einfachsten ist es, wenn du mit der Tangente beginnst, anschließend für die Sekante ein Zentimeter in Richtung des Mittelpunkt parallel verschiebst und für die Passante ein Zentimeter in die Gegenrichtung, also außerhalb des Kreises parallel verschiebst. Vergiss nicht, sowohl die Passante mit einem kleinen P als auch die Schnittpunkte sowie Berührpunkte zu beschriften. Übe das Zeichnen von Sekanten, Tangenten und Passanten, um das Wissen zu vertiefen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Im kommenden Video werden wir uns mit den Schnitten von Kreisen beschäftigen, um euer Verständnis für diese geometrischen Zusammenhänge zu erweitern. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen.